Hallo und willkommen zur 66. sollte es sein, naja, es ist noch nicht so wichtig, Folge unseres Let's Plays zu Exciter in Conflict. Und in der letzten Folge haben wir 10 Minuten unseres Lebens verschwendet, um zu versuchen, nach zwei Riesen zu kommen. Haben wir nicht geschafft, da unser Autopilot gedacht hat, nee, nee, du, ich will nicht, dass du dort hinfliegst. Schade, aber es hat mich dann auf eine Idee gebracht, zumindestens nicht das Sterben hat mich auf eine Idee gebracht, sondern ein anderer Umstand, und zwar... Argon, Militär, schwerer Zentaur, Prototyp. Eben jener schwerer Zentaur-Prototyp, der zum Glück wieder durch das Westdorf fliegt, um nicht zu sterben, was ich gut finde, denn der wird bald uns gehören. Tor, Trantor. Das Problem ist, man kann Schiffe M6 um größer nicht normal kapern, soweit ich weiß. Ähm, es gibt nur die Möglichkeit, dass man sie entert. Gibt's spezielle Methode dazu, da benutzt man Marines und bla bla bla. Auf jeden Fall, ähm, nur M6 um größer können entern. Das ist, wir haben ja eine M6 bekommen, das ist auch. So, könnte rein theoretisch entern. Wenn wir die jetzt ein bisschen ausrüsten, ein paar Waffen reinklatschen in die Frontwaffen und dann die, ähm, die, äh, schwere Zentaur-Prototyp holen, hätten wir für wenig Geld eine schwere Zentaur. Und dann noch eine Prototyp, denn die ist ja nochmal einiges besser als eine normale Zentaur, muss man es auch behaupten. Also, wie eine normale schwere Zentaur. Ich glaube, eine normale schwere Zentaur. Oder ist es sogar eine schwere Zentaur. Das ist ja eine normale schwere Zentaur. Die hat nur 115 Meter pro Sekunde. Und ich glaube, äh, nur sechs Hauptwaffen. Und die schwere Zentaur-Prototyp hat nochmal... Das ist ungefähr so schnell wie eine M3, wenn ich das recht weiß. Also, es ist 150 Meter pro Sekunde schnell. Was, äh, für eine M6 schon extrem ist. Also, für eine so gut bewaffnete M6. Ich glaube, die hat dann auch nur die 400... äh, 4x200 Megajoule... 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 an Schildenergie. Ähm, aber das reicht ja. So. Deswegen fliegen wir zurück nach Wolkenbasis Südost. Wir gehen in unsere Lübs-Süd-Ost. Wo fliegen die hin? Ja, zum Auslösungsdokumenten. Argon, Ausrückcenter. Autopilot deaktiviert. Aber vorher wählen wir die mal. Ups, das war eine falsche Taste. Ach ja, das habe ich noch vergessen. Da rechts ist ja unser... Das kann ich jetzt nochmal kurz erklären. Ist ja das kleine Fenster, wo wir, ähm, Dings haben. Unser Ziel. Wenn ich auf F4 drücke, ist das Fenster aktiviert. Weil ich glaube, ich kann das Schiff dann nicht steuern. Dann kann ich nicht. Aber ich kann es vergrößern. Wenn ich hier F3 drücke, wird das Ziel so aufgeschaltet. Und wenn ich hier F4 und F3 drücke, wird das Ziel so aufgeschaltet. Ähm, das ist nur so eine kleine Kameraoption, die ich aber nie verwende. Oh ja, ich werde das mal dem Tag nie genießen. Denn wir schmecken erst mal, wenn uns das kleine Centaur einschaltet. Auch wenn die, ähm, nicht gerade jetzt schnell ist. Aber das ist mir egal. Ich bleib einfach mal dieses Cockpit sehen und das epische Gefühl. Nicht mehr in, ähm, hier für Shen, sondern in einem kleinen Monster fliegen zu kommen. Und herzlich willkommen zu der Centaur. Erstmal... Du dockst mal an. Wo ist denn erstmal, ähm... Ja, freie Augen- und Handelsstation und da fliegt jemand hin. Navigation, docke an. Freie Augen- und Handelsstation. Und da fetzt unsere... Argon-Ausrüstungs-Dock. Und so ein gammeligen 60 Meter pro Sekunde durchs Universum. Und gammeln. Und gammeln. Na egal. Es ist schon mal ein anderes Gefühl, jetzt so ein Schiff zu haben. Und wir haben ja, äh, eine nach hinten gerichtete Geschützkante. Eine nach links und eine nach rechts. Ne, eine nach rechts und nach links. Und irgendwie sechs Hauptwaffen. Schau noch mal kurz. Nein, das meine ich nicht. Ähm. Zack. Zack, zack. Acht Hauptwaffen. Ähm. So. Wir erbitteln mal Kommunikation. Mit der Station. Sie sprechen mit dem Automatis-Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Erbitteln Landeerlaubnis. Oh, mir fällt gerade ein, wie haben wir noch nicht mal einen Sitz gehabt. Ähm. Gibt es hier einen Sitz dazu auf? Ne, zumindest. Ähm. Ja, so. Singularitätszeitverzerrungsantrieb. Nicht installiert. Ohne Sintas, gut. Ohne Wache, ohne gar nichts. Ohne Schilde. Fühlt man sich so nackt. Ich weiß nicht, fahre ich schnell. Ich fahre. Ja, komm, fahre. Ich fliege. Nichts zu schnell. Kommt, Design her, muss ich sagen. Die Centaurant gefällt mir. Livemaker gefällt hat's. Oh. Spiegel wird automatisch gespeichert. So, dann holst du mir die kleine Malar. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Anlassnetzwerk hier gestellt. Wie viele können denn unsere tragen? 3 mal 200, aber da wir eine, ähm, M6 Plus holen, die 4 tragen kann, kauft wir uns 4. 200 Megajoule Schild. Installiert. Dann haben wir eins mehr, aber wenn wir es dann rumtauschen, haben wir schon mal das. 79. Boah, 79 bitte. 21, aber sofort. Meine Güte, ähm. Ihr Triebwerk wird Vertriebwerkstuning installiert. Ruderoptimierung installiert. So, ähm. Wir können ja die Waffen von der Dings nehmen. Von der Nova. Boost-Arvide-Duplex-Scanner installiert. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht Kampfsoftware natürlich, das brauchen wir. Äh, Navigations-Ja, ist, oh ja, sinds, wir können ja. Okay, dann bin ich auch noch rein. Spezialsoftware MKA. Und, wir docken mal ab. Boah, Slow-Mow-Ability. Wie... Mörderische, 123 Meter, muss ich kommen. So, ähm. Freie Argon-Handels-Flexion. Da gehen wir jetzt mal hin, weil wir brauchen nur Frontwaffen. EPWs können wir ja... EPWs können wir ja... EPWs können wir ja... Jo, unser Geist-Argon-Handels-Generator ist ja alles prima, ne. So, ähm. Undock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Dann holen wir mal in Undock-Erlaubnis rein. So, und dann docken wir mal in die Freie Argon-Handels-Station. Wenn wir dann die Waffen zu unserem Schiff rüber transferieren, dann können... Haben wir ja... Wir haben ja acht Hauptwaffen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal von hinten, ein... Die Schwere Centaurer angreifen, hat hier ein rückwärtiges Geschütztürm mit nur zwei Waffen. Das heißt, wir haben... Wenn die auch EPW hätte, ähm... Vierfache Feuerkraft und davor ein... 200 Megajoull Stück weniger. Also sollten wir auf jeden Fall schaffen, den Down-Zimmer bekommen. Und dann, es dauert ja eh erstmal, bis der uns angreift. Er sagt, hey, was soll denn das? Und dann macht er bumm. So, ähm. Weite Traktion, Wagen aus Toch. Toch. Energie-Plasma-Werfer. Energie-Plasma-Werfer. Phasen-Rapotik-Geschützt brauchen wir im Moment nicht. Dann gibt's hier... Waffen. Energie-Plasma-Werfer. 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 Installiert. Hm? Hab ich nicht acht Energie-Plasma-Werfer? Ähm. Die Lange-Dishiver. Nova. Ich hab acht Energie-Plasma-Werfer auf meinem Schiff. Phasen oder Benchir-Geschütz. Transpiriert. Ähm. Der Centaur wurde von den argonischen Schiffswerften in Omikron Lyra entwickelt. Das Schiff ist größer als ein Jäger oder gewöhnlicher Transporter, aber deutlich kleiner als eine Frikette. Das Schiff der Corvette-Klasse ist ein Centaurer mit Geschutztürmen sowie starken Frontalwaffen ausgestattet und wurde entwickelt, um die Lücke zwischen Jägern und Großkampfschiffen zu schließen. Sieben Buchten, dann Damen noch Buchten, dann haben wir noch mal kurz... Ähm. Dann hauen wir noch mal kurz... Aber wir können ja auch so machen. Arbeitetaktion, Warenaustausch mit Nova. Energie-Plasma-Werfer. Dann brauchen wir nur das. Entfernt. Und... Ja, hier steht ja Laser-Haupt. Ähm. Achtung! Sicherheitsneams! Wir haben einen neuen... Energie-Plasma-Werfer. Wir haben einen neuen Energie-Plasma-Werfer. Ja, jo. Der ist noch nirgendwo... Also eigentlich habe ich noch einen und... Energie-Plasma-Werfer installiert. Dann... Ähm. 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 Abdocken. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. So. Dann Navigation. Ähm. Wir müssen uns jetzt noch Marines kaufen. Denn ich guck mal kurz... Der Centaur wurde von den Arbonen... Marine-Infanatists. Und wir können fünf tragen. Dann holen wir uns auch fünf. Kostenmittelwatt. Aber... Nicht so schlimm. Und dann müssen wir gucken. Ich weiß nicht mehr, wo man welche bekommt. Elenas Glück bei... Militärischen Außenposten bekommt man die. Und in Heimat des Lichts gibt noch... Äh... Eine Marine-Infantarie-Ausbildung... Autopilot aktiviert. Irgendwas... Keine Ahnung. Dann tückern wir mal mit unseren 123 Metern pro Sekunde... Mörderrecht. Ich weiß. Ähm. Hier durchs System. Autopilot deaktiviert. Obwohl, ich... Dock mal lieber an... Ich, ähm... Also wir haben noch... Ein bisschen Zeit... Für die Folge. Ähm... Nur... Ich weiß nicht, ob jetzt die paar Minuten noch reichen... Damit wir mit der Centaur rüberkommen. Weil die ist ja nicht die schnellste. Oh, die Centaur Prototyp... Schwere Centaur Prototyp. Die ist ja... Hm. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators... Fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handel... So, dann speichern wir. Und werden dann in der nächsten Folge... Unsere schwere Centaur Prototyp holen. Also... Oder vielleicht übernächst. Eher nachdem, wie lange wir brauchen. Also, dann war's das. Äh, soweit mit der 66. Folge. Lifemaker. Over and out. Und dann war's das. Und dann war's das. Und dann war's das. Und dann war's das.